Mozu Ich soll Mozu spielen, wie scheint? Aber nein, wir spielen... Ach, der Haka ist ja besetzt gerade. Ist ja blöd. Ich will Mozu spielen. Nein, spiele ich wieder zu meinen. Nein, jetzt kannst du. Dazu kann ich nur sagen... Mozu es zieht. Aaaaah. Aaaaah. Mein Gott. Warte, warte, warte. Ich spiele jetzt Bastion, so. Oh Gott, in welchem Shad war das? Kannst du gerne machen. In welchem Shad war das? In welchem Shad war das? Ah, der ist schlecht, GX. Interessant, wie ähnlich sich die Teams immer sind, ne? Oh. Nix. Warte, 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 warte. Übernehm die Kontrolle über das Schlachtwerk. Verleih mir Kraft mithilfe der Beschwörungskreise. Ähhhhh. Ähhhhh. Gibt ne Belager. Hey, Drache. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähhhhh. Wie reparier ich mich? In ner Reparaturmöglichkeit? Wo sind die? Wo sind die? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. In ner Hüß. Das ist ein Lamer Charakter. Aber. Okay, genau. OK. Jaaa! Jaaa! Du musst aufpassen, dass ich nicht getötet werde! Du bist verheilt! Oh, komm! Ich fühle mich noch nicht so richtig weg. Mächtiges. Nyaaum! Ich kümmer mich. Wow! Oh, ein Verbündeter ist gefallen! Ach, die Scheiße macht der kleine Wicht schade. Wer ist denn der kleine Wicht? Na, den ich hier. Ach so, ja. Kacke, außer Reichweite. Oh, es geht los. Ja, auch ein kleiner Wicht. Ich kann nicht sagen, ach... Ich bin tot, ich bin tot. Welchen kleinen Wicht hast du denn eigentlich? Ach, die? Ja, die ist böse. Wenn man die loslegt, ist sie richtig böse. Der Schwanz ist geil. Setz uns schießet. Geiler als, Mengi. Hoho! Entschuldigung! Ja, deine ist nicht so eckig. Ja, und? Ich hab zwei. Das interessiert keinen. Beide sehen hässlich aus. So, wir schauen jetzt hier mal einen richtigen Drachen. Oh, oh, oh! Komm! Richtiger Drache! Was macht der Roboter da eigentlich immer für eine Bewegung? Ich bin schon groß. Ich bin Ka-Ju. 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 Hast du diesen Typ, Alter? Der hat kräschende Fias. Was? Der Arme hat Leute nie, was soll er denn machen? I will catch you. I will catch you. I will catch them all. Halt, Oma. Der kennt oben. Gott, ja, endlich hab ich... Ihr kleines Mistreis. 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 Scheiße! Oh, Katafi schießt einfach mal schön ein paar Kakteen kaputt. Ja, die müssen weg. Ohne Verbesserung. Okay. Okay. Ich hab früher immer Kaktusse gesehen. Alter, diese Kaktusse. Und siehst du ja auch. Da sind immer diese Kaktusse da. Im Laden an der Kasse. Äh, wir kriegen gegen Andriff. Ja, I know. I know. I know, I know. Ich hab keine Kaktusse. Ja, ich hab ja mit dem Kaktusse hier Oh, der hat sich mit dem eigenen Kaktusse. Ow. Französisch. hat hat die so wie sich das ist das kranke für mich richtig der 2 Nein, zweimal Ja der hält sich aber noch in ner Waage Bopopopopopop Waah byłbopopop Ich verstehe seine Oolts czy ihre Schnellfeuer gäbe ich Okay also die kann ich smoothie Ich würde das wirklich schnell feiern, das muss man ja nicht planen. Es ist gegen Angriff, gell? Oh. Ach, wir greifen an! Jupp. Also gegen Angriff, gell die anderen. Shit. Shit. Den Rabatz Moral hat nachgelassen. Ja, den Rabatz... was? Ja, genau die. Der ist nicht mit Moral. Hallo? Moral. Wem habe? Moral hat sich befreit. Haben sie es geschafft? Nope. Ich habe keine Moral, ich habe nur eine Moräne. Nein. Nein, nein, die sind gleich los. Nein, ich glaube deine Kampfmoral hat auch nachgelassen. Deine Kampfmoräne hat nachgelassen. Ich kann dazu nur sagen, locket den Aal Kanu heraus. Super Mario 64. Schaut sogar an bei den beleuchteten Brüdern. Wann sollen sie sich alles bei den beleuchteten Brüdern anschauen? Ach, ihr habt auch. Ich würde mich nicht befreitlich liegen bleiben bleiben bleiben. Ich würde mich nicht befreit. Ich würde mich nicht befreit. Ich würde mich nicht befreit. Ja, verpasst ihr fast. Da habt ihr euer Leben ja gar nicht mehr. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Er will dich aufbauen. Ich würde dich überapt. Du bist im extraordinaire. Ich wäre mal richtig drin. Wo ist das? Das ist ein YouTuber-Funk. Aber danke für die Info. Ich komme mal mit rüber. Warum? Du verdienst kein Geld mit meinen YouTube-Videos. Tut mir leid. Ich bin im Traum, musst du dich gleich mal abschütteln. Ich weiß das nicht, wie du das hast, wenn du das hier hast. Bei den übrigen Zinsen. Deswegen kaufe ich Lego da. Es ist Angriff von unserem Traum. Was willst du denn anlegen? Bei den Zinsen wie du kriegst du? Das ist Feiertag. Oh, der Feiertag. Wenn, dann musst du schon ins Drogengeschäft einsteigen. Ja, bin ich natürlich. Man, dazu kann ich hier nichts genaueres mehr sagen. Oder wird Aktionspektive, das würde meinen Markt schauen. Oh, das ist keine Flash. Zoom-Angriff. Keine Flash. Oh, ich bin so amazing. Ich habe mich hinter ihr geportet und easy. Echt? Ja. Easy. Grad als sie dir Old auf mich gemacht hat. Und bist easy gestorben. Nee. Aber etwas lose. Kann mal hier einer was pflanzen? Nee, wir können hier leider nicht pflanzen. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Soll ich da sagen? Guck mal im Stream-Chat. Ich war zuerst da. Bei mir bin ich jetzt erst da. Ich glaube wir gehen lieber. Ich kann jetzt gehen würden. Bei mir? Das fängt man da zuerst an. Oh, oh shit. Ich sage ja, guck mal im Stream-Chat. Das ist nicht die Referenz überhaupt. Die Leute. Woran bin ich denn jetzt? Google habe ich. Oh, die Kinder. Hat die überhaupt nur eine Bälle gewöhnt? Ich habe in den Chat-Langisch in Klamm. Nö, lö. Muss ich hier in der Stream-Transformen Discord machen. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Oh Gott. Ich bin ein Tor. Oh, 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 ich gehe. Wenn ich die Privatschreibe, guckst du um. Da gibt es ein. Da gibt es einen schlechten Vorwuchs. Ja, wenn man mir privat schreibt, dann kriege ich auch eine Benachrichtigung. Und ich gehe in den Kaminen auch rein. So, jetzt gehts los. Jetzt machen wir ihn fertig. Ihr seid ja nicht der einzige Discord-Gruppen-Chat, der von euch. Ich bin eigentlich nur zwei. Ich hab da noch ein paar andere. Ich will auch. Ich will überall da sein, wie noch ein bisschen dicht ist. Okay, das war auch... Es ist momentan echt... Also das letzte Match war richtig ausgeglichen. Das fand ich wirklich richtig gut ausgeglichen, aber das hier war ja... Das war... Es war ja keine... Es war ein bisschen schade für die, muss ich sagen. Naja. Da kann man nur sagen, geht gut. Nee, nee, das ist ätzend. Aber schönes Ende. Lieber so ein Ende als... Naja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Bitte. Ciao. competitors das war dieses die